Heute gibt es mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie die Videos auf Madeira entstanden sind. Ich habe sehr viel positives Feedback auf den ersten Film bekommen und auch viele Nachfragen, wie denn diese Filme entstanden sind, was für Equipment ich da benutzt habe und vieles mehr. Und all das beantworte ich heute in diesem Video. Viel Spaß! Erst einmal vielen, vielen Dank für euer ganzes Interesse, für euer ganzes positives Feedback, was ihr mir auf mein erstes Madeira-Video gegeben habt. Und da kamen auch viele Fragen. Sag mal, wie machst du das eigentlich? Welches Equipment nutzt du zum Aufnehmen deiner Videos? Wie schneidest du deine Videos? Welche Musik nutzt du? Und so weiter. Und da möchte ich heute mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Denn ich habe sowohl mein Equipment zum Jahresanfang verbessert und auch verkleinert, als auch mein Schnittstil, würde ich behaupten. Ich nutze inzwischen sehr viel mehr Musik- und Soundeffekte, um meine Videos noch zu verbessern. Da nutze ich Artlist für. Da könnt ihr unten auch mal in die Videobeschreibung gucken. Erster Link, da könnt ihr zwei Monate gratis bekommen. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Ich möchte als erstes mal auf mein Equipment eingehen, was ich zum Film nutze und warum ich das so verschlankt habe insgesamt. Das Setup für meine Kameraaufnahmen habe ich Anfang des Jahres stark vereinfacht. Für mich war das Ziel leicht, klein und handlich. Und dabei trotzdem die bestmögliche Qualität herauszuholen. Und am Ende bin ich bei einer GoPro Hero 11 gelandet, in der Creator Edition. Das heißt, dort ist dieses sogenannte Media Kit noch mit dabei. Das ist ein kleiner Käfig um die Kamera herum, wo man ein externes Mikrofon anschließen kann, wo man unten drunter einen extrem großen Akku in dem Griff noch mit dabei hat. Man kann über den Griff auch die GoPro bedienen. Und man hat auch ein kleines Licht auf der GoPro oben drauf. Die GoPro Hero macht super tolle Bilder und jeder, der damit schon mal gearbeitet hat, weiß das auch. Der Dynamikumfang ist extrem gut. Das wird gut zusammengerechnet zu einem HDR-Bild am Ende. Und auch an sich die Abbildungsleistung finde ich sehr, sehr stark. Und man kann ja auch noch viele Einstellungen machen, um zum Beispiel etwas Schärfe herauszunehmen oder dazuzugeben. Außerdem habe ich obendrauf jetzt, wie gesagt, noch so ein kleines Licht. Und das ist auch gut. Hey, das kann man auch in der Helligkeit verstellen. Aber das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Gerade wenn es in Situationen geht, wo man weniger Umgebungslicht hat. Da ist so eine GoPro natürlich noch nicht ganz so weit wie jetzt eine spiegellose Kamera. Das heißt, wenn man da den ISO hochdreht, dann hat man schon sehr starkes ISO-Rauschen. Und das funktioniert halt, wie gesagt, nicht so gut. Und deswegen so ein kleines Licht kann ich auf jeden Fall mein Gesicht immer gut ausleuchten. Und damit auch dann noch gute Qualität abliefern, auch in dunklen Situationen. Und das gefällt mir an dieser Stelle richtig gut. Und dann geht es natürlich noch um den Ton. Und hier habe ich mich für ein Rode Wireless Go 2 entschieden. Das bedeutet, ich habe hier auch die Möglichkeit, mit zwei Mikrofonen zu arbeiten. Wenn ich zum Beispiel mit Benni unterwegs bin, das haben wir zwar auf dieser Reise jetzt nicht gemacht. Aber theoretisch ist es möglich, dass wir uns beide verkabeln und damit auch jeder den optimalen Ton hat. Zusammen mit dem Deadcat obendrauf, also mit dem kleinen Windschutz, habe ich auch wirklich in windigen Situationen sehr, sehr guten Ton. Und es ist klein und handlich und man hat auch keine Kabel mehr irgendwo am Körper liegen, sondern man steckt sich das Ding einfach direkt oben irgendwie ans Shirt dran. Und dann war da auch noch Benni, der natürlich selber auch noch gefilmt hat, mit seiner Canon R3, beziehungsweise manchmal auch mit der R5. Dazu hatte er meistens ein Einbeinstativ, um das Ganze so ein bisschen noch zu stabilisieren. Dadurch hatten wir ja auch nochmal eine Möglichkeit, wirklich mit einer spiegellosen Kamera zu filmen, die natürlich auch nochmal den Hintergrund etwas unschärfer machen konnte. Das haben wir natürlich bei einer GoPro nicht. Da ist eigentlich alles von vorne bis hinten komplett scharf. Aber da haben wir nochmal so einen kleinen anderen Look reinbekommen. Gerade wenn es um B-Roll 10 und so weiter ging, da hat er dann auch nochmal viel gefilmt. Und zu guter Letzt natürlich auch noch mit einer Drohne. Jetzt haben wir mal über das Equipment gesprochen. Und dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, so ein kleines bisschen Vorbereitung ist bei sowas auch mehr mit dabei. Wir überlegen uns vorher, wo gehen wir hin, wo wollen wir fotografieren. Und da macht man sich natürlich auch so ein kleines bisschen über den Inhalt schon Gedanken. Ich bin keiner, der seine Videos komplett skriptet. Ich rede eigentlich immer frei. Aber trotzdem macht man sich natürlich schon vorher so ein kleines bisschen Gedanken, wo das Video inhaltlich hinführen könnte. Aber das meiste, und ich sage mal so ungefähr 80 Prozent, ist tatsächlich freie Rede und auch situationsabhängig. Ich gucke dann immer vor Ort, was passiert dort. Und dann rede ich einfach darüber und wir versuchen das am Ende dann irgendwie in ein gutes Video zusammenzuschneiden. Ich habe jetzt übrigens auch angefangen mit Voice-Over. Das heißt, dieses schöne Mikrofon hier, das ist ein Shure SM7B. Damit nehme ich jetzt auch gerade auf den Ton. Und ich habe jetzt angefangen mit diesen Voice-Overn. Das heißt, ich werde nicht mehr alles vor Ort direkt in die Kamera erklären, sondern ab und zu auch mal später über zum Beispiel ein geschossenes Bild noch am Computer sprechen. Und das ist offensichtlich bei euch auch richtig gut angekommen. Ich bin ja kein Erfinder davon, das machen ja viele andere Foto-YouTuber auch so. Und ich finde den Stil irgendwie ziemlich cool. Deswegen habe ich das jetzt auch so angefangen und es ist auf jeden Fall ein cooles Werkzeug dafür. Und wenn wir schon dabei sind, dann sprechen wir jetzt als nächstes über den Schnitt. Ich packe immer erst mal alles auf eine externe Festplatte, sichere das auch immer zweimal ab. Also auf zwei Festplatten spiegele ich das Ganze immer. Und dann packe ich das Ganze in Premiere rein, schaue mir erst mal alle Clips an, schneide alles raus, was überhaupt nicht verwendbar ist und den Rest, den packe ich erst mal in eine Timeline. Und dann sortiere ich das Ganze auch noch mal nach Szenen, wo ich gesprochen habe und nach B-Roll-Szenen. Ja, also auf der einen Seite möchte ich natürlich erst mal meine ganzen Erklärungen irgendwie sortiert haben, die in eine gute Reihenfolge bringen und diese B-Roll-Szenen, die schneide ich dann entsprechend dazwischen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt hier an den Rechner ran und ich zeige dir mal, wie die Timeline von dem ersten Video über den Fanalwald ausgesehen hat. Hier siehst du jetzt mal die komplette Timeline von dem Film und das Ganze ist relativ einfach strukturiert. Du siehst hier in der Mitte die Videos, wo ich erkläre und dann haben wir hier oben in der zweiten Zeile viel von dem B-Roll, was zu sehen ist. Teilweise werden hier auch Fotos eingeblendet und hier ganz oben haben wir da noch mal Grafiken und so weiter, die auch noch mal als Unterstützung dafür tätig sind, dass man das Video noch besser erklären kann. Hier in der zweiten Zeile im Ton haben wir dann Musik und Soundeffekte, die ich hier drunter gelegt habe, um das Ganze noch mal zu unterstützen. Ich nutze dabei die Musik von Artlist und Artlist ist eine super Plattform, wo du als Video-Creator auch deine Musik, Soundeffekte und mit Artgrid, was auch damit dazugehört, auch Video-Templates, Footage und so weiter, dir noch besorgen kannst, falls da noch irgendwas fehlt und du auffüllen musst. Soundeffekte sind für mich besonders wichtig, denn der Ton an sich macht mindestens 50% des Videos aus, aber durch Soundeffekte kann ich das Ganze noch mehr unterstützen. Und ich zoome jetzt hier mal ein Stück weiter rein und dann siehst du hier auch Soundeffekte. Zum Beispiel hier an diesem Part blende ich Fotos ein. Und immer wenn ich ein Foto einblende, dann habe ich hier einen Soundeffekt darunter gelegt mit einer Kameraauslösung. Das unterstützt einfach noch mal, dass dieses Foto angezeigt wird. Hier habe ich zum Beispiel einen Soundeffekt reingebaut, als die Kuh zu sehen ist, wo eine Kuh auf einer Weide grast. Auch dafür gibt es Soundeffekte und die habe ich da einfach noch mal drüber gelegt. All das findest du auf der Plattform von Artlist. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe, dann siehst du zum Beispiel auch hier in meinem Download-Verlauf, welche Titel ich hier heruntergeladen habe für das Video. Ich kann ja jetzt hier mal für dich nach Musik suchen und dann gibt es hier zum Beispiel Videothema. Und bei diesem Videothema könnte ich jetzt zum Beispiel hier Reise antippen. Roadtrip habe ich ganz oft gemacht. Und wenn ich weiter nach unten scrolle, dann gibt es hier zum Beispiel auch noch Landschaft und Natur. Und dort habe ich sehr viele Songs gefunden, die genau zu der Stimmung passen, die ich in diesem Video auch vermitteln wollte. Eine ruhige, etwas cinematische Stimmung. Und da konnte ich verschiedene Songs finden, die das Ganze perfekt untermalt haben. Und in Kombination mit meinem Voice-Over funktioniert das dann besonders gut. Die Zeit zwischen den Nebelschwaden habe ich genutzt, um mit meinem iPhone mal herumzulaufen und nach Komposition suchen. Denn das ist wesentlich einfacher als mit der großen Kamera auf dem Stativ. Ein kleines Beispiel möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal geben, wie Musik wirken kann. Denn ich möchte natürlich in so einem Video auch unterschiedliche Töne anschlagen. Und ich hatte zum Beispiel auch so einen kleinen Mini-Sketch mit dabei, der übrigens nicht geplant war. Das hat Benni einfach so gesagt. Aber ich fand es irgendwie witzig, das in das Video mit reinzupacken. Und zwar ging es darum, dass ich irgendwie einen dicken Bauch bekommen habe. Und für solch eine Szene wollte ich dann eher keine cinematische Musik, sondern sowas Cartoon-mäßiges, so etwas, wo man weiß, okay, jetzt passiert irgendwie gleich was. Und da habe ich diesen Song hier gefunden, der heißt Lazy Moves. So, wir gucken mal ein bisschen weiter rum. Hier gibt es tausend. Oh, hier ist schon der nächste Baum eigentlich. Der hat so einen richtig geilen Ast. Wie? Was hast du eigentlich schon da eine Jacke drunter? Eine zweite Jacke. Achso, deswegen siehst du so aus, als... Boah, scheiße. Auf der Aufnahme. Deswegen zeige ich jetzt hier in meinem Video auch immer nur bis zum Brustbereich. Dann sehe ich nicht ganz so fett aus. Und diesen Song konnte ich dann perfekt einbinden. Das kann ich dann hier herunterladen. Und in Premiere selber habe ich das Ganze dann entsprechend eingebunden. Hier ist dieser Song. Den habe ich dann tatsächlich auch nochmal gekürzt, sodass er perfekt auf das Videomaterial abgestimmt war von der Länge. Und zwar kann man hier in Premiere einfach auf Dauer gehen, Remix. Und dann kann ich hier eine Zieldauer einstellen. Und man sieht jetzt hier auch an diesen kleinen gezackten Strichen, dass dieser Song entsprechend von Premiere dann gekürzt wurde und wieder neu zusammengefügt wurde. Und dann habe ich ja auf ein paar Sekunden genau die perfekte Länge für den entsprechenden Song, so wie auch die Szene entsprechend lang dauert. Du siehst also, was für einen dramatischen Unterschied Musik und Soundeffekte und so weiter machen können. Ich nutze wie gesagt dafür Artlist. Und Artlist hat mir auch was für euch zur Verfügung gestellt, nämlich zwei Monate gratis ausprobieren. Das könnt ihr tun. Einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Das ist direkt der erste Link. Und da kann ich euch nur empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Wenn es euch gefällt, dann einfach abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für das Interesse an diesem Video, für euer Interesse an meiner Arbeit insgesamt. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie immer unten in die Kommentare. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, denn ich habe in den Statistiken geguckt, über 60% der Leute, die meine Videos gucken, haben mich gar nicht abonniert. Aber wenn ihr das tut, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Also, macht das auf jeden Fall mal und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Das war's gut. Das war's gut. Das war's gut.